Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe gestern Quaschning live geguckt und da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht zur Energiewende, die ich eigentlich gerne mit euch teilen möchte und das mache ich jetzt in diesem Video. Bei Quaschning live ging es gestern darum, ob Verbrennermotoren verboten werden sollen oder nicht. Dazu ein paar grundsätzliche Gedanken. Also erstmal aus Sicht des Überlebens ist Mobilität mit schweren Fahrzeugen keine Überlebenspriorität. Ja, das ist ein Werkzeug, was wir nutzen und ein sehr intensives Werkzeug, also auf jeden Fall ein Umweg zur Abdeckung unserer Überlebensprioritäten. Ja, wenn man sich vorstellt, ein Fahrzeug, was schwerer ist als die Fracht und dabei sehr viel Energie verbraucht, auf Ressourcen angewiesen ist, die fossil sind, auch bei Elektroautos, weil nämlich die ganze Infrastruktur, die Fahrzeuge, es geht ja nicht nur um den Antrieb, es geht ja natürlich auch um die Materialien, aus denen alles gebaut ist. Da gab es ein paar Fragen. Meine Fragen, die sind im Chat entweder bei Quaschning untergetaucht oder wurden nicht gesehen oder ich weiß nicht, vielleicht gab es auch die Zeit nicht, alle meine Fragen zu stellen. Jedenfalls stelle ich die Fragen jetzt. Also eine Frage, die ich hätte, wäre, was ist denn mit Biogas? Methan entsteht sowieso, ist klimaschädlicher als CO2 und wir könnten im Prinzip existierende Fahrzeugflotten, also Verbrennermotoren umrüsten, um mit Biogas zu fahren. Dann bräuchten wir keine neue Fahrzeugflotte. Das ist ein Gedanke und das wäre natürlich nur für den Übergang und zwar nicht Übergang zu E-Mobilität, sondern Übergang weg vom Auto. Denn Autos können nicht nachhaltig sein. Ja, also ich kann sehr, sehr, sehr empfehlen, versuchen, das Leben auf Fahrradgeschwindigkeit und Fahrradentfernung umzubauen. Erstens gibt es ein riesiges Plus an Lebensqualität, wo ich mich für verbürge. Und zum Zweiten ist das eventuell nachhaltig. Ja, vor allen Dingen, wenn wir die existierenden Fahrräder nehmen, die wir schon haben. Ja, ich glaube, dass sehr viele Probleme in der Mobilitätswende dadurch entstehen oder entstanden sind, dass wir uns daran gewöhnt haben, Autos zu haben und dementsprechend Arbeitsplätze, Hobbys, Wohnorte so wählen, dass wir sagen, ja, wir haben ja ein Auto. Dann kann ich diesen Job ja annehmen. Also wenn man ein Leben ums Auto herumbaut, natürlich wird man darauf angewiesen sein. Da müssen wir möglichst schnell weg von kommen. Des Weiteren, ein riesig großer Teil unseres Transportbedarfs ist überhaupt kein Bedarf. Ja, das ist sehr, sehr selbst gemacht. Ja, wenn ich mir anschaue, den ganzen Schwerlastverkehr, was da alles transportiert wird in den LKW, was wir alles in unseren Geschäften finden, was davon ist wirklich überlebensnotwendig. Denn mehr als überlebensnotwendig können wir uns in uns Natur ja nicht erlauben. Ja, ich weise nochmal darauf hin, die Welt ist ökozentrisch. Natur ist der einzige Ort der Welt. Die Welt ist ökozentrisch, das können wir uns nicht aussuchen. Und da müssen wir uns dran gewöhnen und anpassen und umdenken, unsere Werte ein wenig verändern, nicht mehr die hohe durchschnittliche Lebenserwartung als Standard ansetzen, nicht mehr die Urlaubsreisen als Standard ansetzen, sondern ansetzen, ist das, was wir tun, dem Wohle des Lebens in aller Vielfalt dienlich. Denn nur wenn es dem Wohle des Lebens in aller Vielfalt dienlich ist, ist es auch für uns gut. Ja, also nachhaltiger reicht uns da nicht. Es muss nachhaltig sein. Ja, Autos sind generell nicht nachhaltig. Das ist einfach nur mal so. Und was die Energiewende angeht, ja, auch wieder darum, wie viel Energiebedarf haben wir überhaupt. Ja, wir bauen im Moment immer noch neue Häuser, haben aber schon über 40 Quadratmeter Wohnfläche pro Person im Durchschnitt in Deutschland. Natürlich ist das nicht die am meisten vorhandene Wohnfläche für die meisten Menschen, sondern der Durchschnitt. Es gibt viele, die auf sehr großen Scheltern, in sehr großen Scheltern wohnen und einige haben halt nur 10 Quadratmeter pro Person oder auch weniger. Da müssen wir durch Kommunikation und Teilen und Gemeinschaft weg von kommen. Wir können theoretisch, rechnerisch jede zweite Wohneinheit ausschalten und ausschlachten und enger zusammen in den restlichen Wohneinheiten leben. Wiederum, es ist keine Frage, was wir wollen. Es ist eine Frage, was wir wollen können. Und wir können nicht wollen, so zu leben, dass wir den ganzen Planeten verbrauchen. Ja, wir müssen im Prinzip alles Unnötige beenden. Ja, ich glaube, ich habe fast alles gesagt, noch in eigener Sache. Ich würde mich freuen, wenn ihr das, was ich jetzt hier in meinen Videos erzähle, wenn das für euch irgendwie wertvoll ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal subscribt. Viel wichtiger, aber auch noch meine Videos oder die Nachrichten aus den Videos teilt. Ich glaube, es fehlt insgesamt an Mut und Zuversicht in unserer Gesellschaft. Es fehlt das gemeinsame Ziel. Wir suchen nach Wegen. Wir setzen uns viel mit der Frage auseinander. Wie können wir was machen? Was müssen wir machen? Und die Warum-Frage, die bleibt so ein bisschen außen vor. Und so kommt man dann schnell zu dem Trugschluss, dass es um Reduzierung geht. Natürlich geht es um ein Upgrade in Lebensqualität. Ja, da möchte ich echt nochmal darauf hinweisen. Das ist super, super wichtig. Also teilt bitte meine Nachrichten. Ich würde mich sehr darüber freuen im allgemeinen Interesse. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt und wie es geht, dann empfehle ich das Stopp-Werkzeug. Da gibt es auch ein Tutorial in meinem YouTube-Kanal. Das ist ein super, super Werkzeug, was einem hilft. Lokal machbare Lösungen zu finden im eigenen Leben mit einer globalen Motivation, einem globalen Mindset. E-Bikes habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen. Ja, E-Bikes. Super Sache, theoretisch. Ja, nachhaltiger als Autos. Aber wie gesagt, nachhaltiger reicht nicht. Wir brauchen nachhaltig. Hochprozentig nachhaltig. Das kriegen wir durch tiefe Naturverbindung auf jeden Fall hin. Klimawandel kriegen wir auch durch tiefe Naturverbindung hin. Also geht nach draußen, sucht euch einen Sitspot. Verbringt da Zeit und verbindet euch mit dem Rest der Natur und euch selbst und euren Mitmenschen in der Nachbarschaft. Und was die E-Bikes angeht, ja, existierende Flotten nutzen, umrüsten, wenn ihr was Elektrisches braucht. Und ansonsten schreibt die Hersteller an von E-Bikes. Wenn ihr euch ein E-Bike holt, sucht irgendetwas, was auch als Generator funktioniert. Was man aufbocken kann, wo man einfach zu Hause den Akku durch Strampeln aufladen kann. Oder wo man während der Fahrt den Akku laden kann. Beim Bergabrollen oder wenn man den Motor nicht anschaltet, wenn man normal trampelt. So, dass man zumindest den Akku laden kann. Und mit dem Akku kann man die essentiellen Sachen, die wir elektrisch vielleicht haben, Sprich Telefon, Navigation, Stirnlampe, Radio, Powerbanken, sowas kann man so sehr leicht mit Muskelkraft aufladen. Muskelkraftwerke gehören auf jeden Fall zur Energiewende dazu, sind sofort umsetzbar. Energie ist leicht zu speichern, leicht abrufbar und ist im Prinzip ein No-Brainer, weil es komplett auf recycelten Materialien gemacht werden kann. So viel dazu. Viele E-Bikes brauchen einfach nur, dass der Laderegler das auch kann. Alles Liebe euch, passt auf euch auf und wir schaffen das schon.